Die Frage, wen erwischt er jetzt mit dem Meteoril? Ich hab ein Schild, wenn er auf mich schießt, ist egal. Er kann normalerweise auch nicht den nächsten nehmen, oder? Er nimmt eigentlich den, der einem am meisten Schaden abgezogen hat. Ja, gibt's ja nicht. Ja, eben. Wie der einem am meisten Schaden in der ersten Runde? Ja, allgemein. Ja, war ja grad gut, dass er nicht dich genommen hat. Was macht der nochmal die Faust? Weiß ich nicht. Scheiße, ich hätte das Schild nehmen können. Das Problem ist, jetzt gibt er dir auch noch einen mit, ne? Bam, ja, weil ich auf das Rote auf die Bombe geflogen bin. Aber Serka ist das, okay. Tot. Nee. Ah, nee, ich hab ein Schild. Ah, du hast ja ein Schild, genau. Ah, ja, ja, ja. Was war das jetzt? Ah, er schläft. Oh, das war knapp. Hab ich grad noch so die richtige Entscheidung getroffen. Da brauche ich mir jetzt drei Runden Berserker. Was heißt das? Da mach ich immer doppelten Schaden, oder was? Weiß ich nicht. Na, er hat jetzt vier Runden lang die dicke Keule. Jetzt hast du aber das ganze Set schon zusammen, oder? Mhm. Okay. Ich weiß nicht, was macht der nochmal dieses blaue, diese blaue Blume, oder wie das aussieht. Weiß ich nicht. Unsichtbar, glaube ich. Zu spät. Ja, jetzt haben wir ja er gesagt, ne Sekunde. Was hat er jetzt? Er ist weg. War das das? Keine Ahnung, ja toll. Er ist unsichtbar und du blockst, das heißt, ich brauche mal nicht... Was soll ich machen? Ich hab auch nur die Schockwelle, die mir nichts bringt. Ja, du kriegst jetzt gleich einen. Oder der andere. Je nachdem. Ich hab jetzt ein Meteor. Aber du hast ein Schild. Ich hab ein Schild. Ja. Gott sei Dank, er ist nämlich da. Dann wäre ich nämlich jetzt kaputt gewesen. Bitte nicht auf dich. Mach auf den anderen. Ja. Sinnvoller wär's. Ja, toll. Egal. Versuchen wir's nochmal. Na toll. Du erschießt mich jetzt. Oh. Hast du ihm auch einen mitgeben. Gut. Jetzt muss ich... Eigentlich müsste ich ihm jetzt mal einen mitgeben. Dann wäre er tot. Aber ich denke mal, er wird dir einen mitgeben. Ja, weil ich dir ja wieder gerade Schaden... Wieder geblockt. Wie viel lang hast du dieses Wix-Schild noch, ey? Oh. So, Marble hat Auszeit. Das heißt, ich darf nicht springen. Das ist natürlich behindert. Das ist mir... Kommt mir ganz gut da gelegen. Denn ich mach jetzt mal eben kurz nochmal den Meteorit. Einen Schild hab ich ja noch, Gott sei Dank. Immer noch? Alter, das gibt's doch nicht. Hätte ich mal drauf geachtet, ey. Ja, jetzt wird er wieder dich nehmen. Nein, ich hab doch ein Schild! Nee, du hast es nicht zwei. Aber wegen dem Schlafen kann er das nicht. Okay. Machst du das gerade? Ja. Na gut. Wollen wir mal sehen. Nein. Nein, das ist so klar. Ich glaube, ich weiß ja, woran das liegt. Warum? Ich glaube, du kannst, du wirst nie im Leben zweimal verlieren. Weil du hast ja eben einmal verloren und danach... Ich hab auch eben einmal gewonnen, einmal verloren. Also ich denke mal nicht... Aber ich schlafe, ich darf nicht spielen. Cool, dafür bin ich doch vergiftet. Cool. Fein gehabt. Hm. Ja, fuck. Du hast nicht mitgespielt. Dachte, du wärst links auf die Bombe gehüpft. Kann jetzt nur hoffen, dass ich jetzt dich erwische. Weil dann bist du tot. Ja. Ja, ich dachte, du wärst links da hingehüpft. Und dann hätte ich dich nämlich jetzt erschossen, aber... Wieso hast du ihn jetzt nicht abgeschossen? Weil er ein Schild hat. Achso. Ach, ich auch. Na, Alter, wie oft habt ihr denn diese Schilder, ey? Das ist doch unmenschlich. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ist er jetzt tot? Nein, der hat immer noch das Schild. Ja, jetzt bin ich gleich Fratzer, glaube ich. Ist doch nirgends wo ein Schild in der Nähe. Das ist scheiße. Ja, toll. Alle haben ein Schild. Ja. Ja, jetzt bin ich tot. Scheiße. Er auch. Wenn ich Glück habe, ist er auch tot. Nee, er blockt noch. Das Problem ist, wenn ich eher dran gewesen wäre, wärst du doch tot gewesen oder nicht? Ich weiß nicht, ich hab ein Schild gehabt. Wie, wat? Wie lange habt ihr denn ein Schild, ey? Ich will auch gerne nur eine Runde machen. Naja, können wir machen. Ich muss mir hier noch eine Taktik überlegen. Ich hab immer diesen Scheiß. Diesmal war es aber knapp. Ja, das ist doch halbwegs ein bisschen Glück, wo du gerade stehst, ob du welche Viecher du hast, ne? Das ist nicht Glück, wo du stehst, das ist Glück, was die anderen dann machen. Walter, ich hatte voll oft diesen Meteoriten, aber ich hatte dann immer voll oft Pech, dass ihr dann alle ein Schild hattet. Das ist die Scheiße. Ah. Muss man vielleicht mal irgendwie noch, aber das Problem ist, du hast ja auch kaum Zeit, dir mal eben schnell zu springen, ne? Das hat Glück gehabt. Du musst am Anfang schon irgendwie... Da kannst du nicht noch großartig gucken, was... Du musst ja gucken, wo die Schilder sind. Und dann noch musst du ja noch gucken, was die anderen auch noch machen. Ja. Jetzt hab ich zum Beispiel kein Schild in der Nähe und du hast eins. Das heißt, du kannst jetzt schon mal gleich eins haben. Wenn ich jetzt Pech hab, würfel ich nämlich nur Scheiße, verliere schon, ja. Ja, gut. Das war ja bei mir eben auch am Anfang, dass ich... Jetzt hab ich das Schild aber nur zwei Runden, so. Oder? Ja. Ja, du gibst ihm jetzt aber erstmal einen mit. So. Ja, dafür krieg ich aber jetzt einen Meteoriten ab, weil ich ihm Schaden gemacht hab. Nicht unbedingt. Natürlich. So. Ja gut, aber du hast hier mehr abgezogen. Ah, stimmt. Fuck, ey. Gucken. Ja, jetzt gewinnst du. Ja. Ja, siehste. Immer so. Ja, irgendwie müssten sie auch ein bisschen Gerechtigkeit reinkriegen. Ja. Alter, der ist aber jetzt gleich schon Fratze. Gott sei Dank. Boah, jetzt hast du wieder ein Schild. Natürlich. Mir bin ich ja gerade extra reingesprungen. Ja, toll. Weil ich, wenn ich nämlich zuerst dran gewesen wäre, dann hättest du nämlich... Ja, toll. Ja, ey, mein... Nein, der hat auch ein Schild. Sorge eigentlich. Scheiße, ich hab mich vertan. Was hab ich jetzt gemacht? Scheiße. Schon wieder... Hat sich schon wieder ein Schild geholt, der Idiot. Mhm. Was hab ich mir denn gerade ge... Was war das denn gerade bei mir? Ja. Na gut. Gibt gar keine Herzen... Ach, das ist dieses Special, dass es keine Herzen gibt. Ach so, okay. No lives, dass man keine Herzen holen kann... Ja, aber ich hab ja nix eingestellt. Das muss irgendwie automatisch, muss das gekommen sein. Kein Plan. Jetzt bin ich ein bisschen im Arsch. Scheiße. Keiner von euch ist in der Nähe. Mist. Schade. Jetzt hat er gleich zumindest ein Schild weg. No, no. Eine Runde noch. Laut meinem Schild hier. Jetzt hast du's... Ach nee, doch, jetzt hast du's weg. Hm. Das ist wieder eins. Hahaha. Deine Defensivschlacht gibt's jetzt. Ja, die ist aber gleich vorbei. Ich konnte nix machen. Nix in der Nähe für mich, was ich jetzt irgendwie... Ja, klar, auf mich. 60! Wieso 60? Ich hab Wurms. Ja, das ist doch scheiße. Wieso krieg ich 60 abgezogen, ey? Ich will nur ne Runde. Wieso kriegt der Meteorit, macht sonst immer 30 und plötzlich macht er auf einmal 60, oder was? Ach, das ist denn scheiße. Ja. Naja, jetzt wird ein Schild der Homo. Ja, zu Recht. Ich rüste jetzt meinen Affengleis mal aus. Ah, warte mal, hier gibt's auch noch so ne Zoom-Funktion, warte mal. Ah, Zoom, okay. Was hat der, was hat der, na toll. Ah, fuck, ich bin eins zu wenig gesprungen. Ich sprunge eins zu wenig. Hat er nicht noch ein Schild? Nein, aber ich hoffe, dass er mich jetzt nicht tot macht. Wo sehe ich? Ich weiß sehr auch nicht, wie viele Leben ich da hab, wenn er mir jetzt zum Beispiel 60 abzieht. 66, ja, bin ich kaputt. Also, ich würde mal sagen, absolut verdient. Ja. Ich denke mal, das wird mehr im Verlauf, oder? Warte mal, ich rüste jetzt meinen Affen erstmal aus. Wie geht denn das? Store. Im Store. Muss ich auch mal gucken. Hm? What? Ach, dann muss ich aber auch mal gucken. Hier kann man ja gar nichts machen. Hä? Ah, da. Okay. 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 Und da. Okay. Okay. Vielen Dank.